Immanuel Macron hat mal wieder eine große Sorbonne-Rede gehalten. Dieser Präsident, der gar keine Mehrheit mehr in der Nationalversammlung, geschweige denn in der Bevölkerung hat, schwingt sich mal wieder auf große Thesen über die Europäische Union zu formulieren. Sie sei im Begriff zu sterben. Und deswegen bräuchte man jetzt gemeinsame Militäranstrengungen, eine gemeinsame Militärakademie. So ganz falsch ist die Analyse nicht, dass Europa, wie wir es kennen, im Begriff ist zu sterben. Die Linken haben es einfach übertrieben mit ihrem Wokismus, mit ihrer überbordenden Brüsseler Bürokratie und mit ihrer Erdrosselung der Wirtschaft in ganz Europa. Wir müssen mit Europa zurück zu den Wurzeln. Wir müssen zurück zu der Gemeinschaft, die ein Charles de Gaulle, ein Konrad Adenauer, ein Robert Schumann einmal im Sinne hatten, als sie die Europäische Gemeinschaft gegründet haben. Nicht etwa zu diesem Bürokratie-Monster, was die Europäische Union unter insbesondere Ursula von der Leyen geworden ist. Weniger ist mehr. Das gilt insbesondere für die Europäische Union. Zusammenarbeit ist gut, Souveränität ist besser.